Willkommen zu FIFA 12, Pal 28. Heute steht der 20. Spieltag der Bundesliga in Hannover statt. Die Ausstellung des FC Bayern München. Im Tor mit Nummer 1, Manuel Neuer. 2. Andreas Beck, 7. Frank Ribery, 10. Arjen Robben, 17. Jérôme Boateng, 21. Philipp Lahm, 25. Thomas Müller, 28. Holger Badstuber, 30. Luis Gustavo, 31. Bastian Schweinsteiger, 33. Mario Gomez. Die Ausstellung des Hannover 96. Im Tor mit Nummer 1, Ron Robert Zieler. 3. Kari Wacki, 6. Steven Schirundelow, 11. Didi Jakunan, 13. Jan Schlautraff, 16. Daniel Roja, 19. Christian Schulz, 24. Christian Panda, 25. Mohamed Abdelauwe, 28. Lars Stindl, 34. Konstantin Rausch. Willkommen in der AWD Arena Hannover zum 20. Spieltag der Fußballpolisliga-Saison. 2012, 2013 auf FIFA 12. Hannover 96 gegen den FC Bayern München. Viel Spaß. Hannover 96 stößt an. Jakunan. Abgefangen von Gomes. Gomes bleibt dran. Gomes setzt sich durch. Abschluss. Zieler. Erste Ecke für die Münchener. Geht schon gut los. Ecke, Ribery. Auf Robben. Kann den Kopfball durch nicht durchsetzen. Hier kommt Abdelauwe. Gegen Angriff Hannover. Jakunan. Geschöpft von Nam. Müller. Nam. Ribery. Schweinsteiger. In die Spitze zu Gomes. Hallo. Müller setzt sich durch. Und Zieler. Es geht schon gut los, meine Freunde. So kann es weitergehen. Ecke, Ribery. Auf Müller. Er steigt hoch zum Kopfball. Kann sich nicht durchsetzen. Kroppen. Rettet ihn in voller Ecke. Back. Ribery. Kommt doch noch an den Ball. Kommt hier links außen. Jetzt kommt die Flanke. Auf Gomes. Bringt den Kopf nicht durch. Hier kommt der Gegenangriff von Hannover. Stindl. Schön abgelaufen. Lapp. Weg. Gustavo. Weg. Die Spitze zu Gomes. Müller. Der rotzt mal. Tor. Schütze. Müller 25. Thomas Müller. Neuer Spielstand. Hannover 96. FC Bayern München 0-1. Hier kommt es noch mal. Die Leute passen Gomes und hier der Abschluss. Zieler. Latte. Tor. Das war die 13. Minute. Hannover. Lauter. Stindl. Städt von Schweinsteiger. Gomes. Jetzt läuft der Express wieder. Hoppe. Der Express kommt zum Stehen. Gustavo. Schweinsteiger. Gomes. Tor. Gomes. Jetzt zieler. Keine Chance. Tor steht sie mit Nummer 33. Mario Gomes. Hier kommt die Vita-Rolo. Hier kommt der Pass von Schweinsteiger. Trocken. Abgezogen. Neuer Spielstand. Hannover 96. FC Bayern München 0-2. Ab der Laue. Jetzt kommt ein Angriff von Hannover. Super gestillt von Gustavo. Schweinsteiger. Ribery. Gomez. Müller. Vorteil. Ribery. Nutzen sie den Vorteil. Danke Ribery. Nein. Sie nutzen den Vorteil nicht. Es gibt Ecke für die Menschen. Tretend von Ribery wie immer von Dings. Müller steigt hoch. Hannover im Ballbesitz. Freistoß Hannover. Aki schießt. Der Ball kommt Post-Quentin wieder zurück. Und wieder zurück. Stindl. La. Ribery. Schweinsteiger. Komm jetzt die Spitze zu Müller. Der setzt sich dicht durch. Stindl. Stindl setzt sich durch. Gegen Ribery auf die rechts außen. Aber dann kommt der Philipp Lahm. Also steht Hannover. Eine Möglichkeit. Zum Anschluss. Müller. Jetzt kommt Müller. TOR. Die Rakete schlägt ein. Das macht Stuben Tor. Tor steht 1725. Thomas Müller. Hier kommt doch mal. Hier kommt der Pass von. Eben und was. Komm jetzt. Und sie verschenken den Anstoß. Hannover fällt auseinander. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Come es. Aliabwehr funktioniert noch. Come es. Ribery. Boah. Ne Banda hat er aber noch. Wenigstens etwas. Gehle. So. Es scheint sich das Spiel mal etwas zu beruhigen. Hannover im Ballbesitz. Jetzt fahren wir mal etwas mit unserem Puls runter. Und hier kommt Jaquan an. Nojo. Wirft ihn zu Barsch. Das heißt wirft. Er hat gerollt. Müller. Weg passt zu Robben. Gustavo. Müller. Schweinsteiger. Ribery. Ribery. Schlau. Schlau drauf. Stütte. Ab zur Naube. Oh nein. Fastet. Na ja. Hol ihn. Boston. Jaquan an. Steht von Philipp Lamp. Ab zur Naube. Barschuber stellt sich ihm in den Weg. Süß. Lamp. Ribery. Schweinsteiger. Robben. Und Müller. Gomez. Gomez. Taaahhhhh. 04. Kommst noch mal. Neuer explodiert. Dann der Final Pass durch die Beine. Von Schulz. Und Gomez hat keine Probleme mit dem Einnetz. Müller Müller Und Zieler Troppen Verzieht Freistoß Hannover Naja, bleib auf der Linie Boah, kommt hier nur so ein Flachpäschen Ich hätte uns heute nur eine Pannewehr schießen lassen, der kann Freistoße Oh ja Ab der Laube Hier, schön gestellt vom Boateng Kormes Gräberie Spiegel immer auf Kroppeln, jawoll Gut so Torpschloss Und Zieler hat ihn sicher Ja Die Nachrichtzeit trägt eine Minute Weberi Gomez Freistoß Bayern Ziel Komm Oh der geht nicht Brustschuss Statt Freistoß Statt Freistoß Komm Halbzeit Pfiff 1-4-6-90 FC Bayern Möncheng zu 4 Beck Lach doch mal Müller Gustavo Müller, in die Spitze zu Gomez Er geht durch Oh, noch ein Schulz hat ein Bein dazwischen Müller Oh, Riveri Sieh Zieler Passt auf Gott so Und hier ist Abdelau am Ball Oh ja Kommt hier links außen Läs Robben aussteigen Abdelau Zieler Bek und Bek und Boateng In Gemeinschaftsaktion Der Trainer Kriter Halsen voll Wir führen doch schon 0-4 Was wissen noch Reicht doch auch mal Aber ich hab's ja schon des öfteren gesagt Ich bin selbst Ich kenn doch manchmal kritisiert Aber auf der Wii habe ich nur 3 Schwierigkeitsgrade Einfach mittel und schwer Auf FIFA 13 Wii U habe ich schon Amateur Halbprofi Profi Weltgas und Legende Nach dem Let's Play FIFA 12 wird dann im Let's Play FIFA 13 auf Schwierigkeitslegende gemacht Halbprofi Halbprofi Solange müsst ihr euch noch gedolten Ich kann nur sagen Es wird fantastisch Gar kein Vergleich Aber ich hab mir wirklich schon mal Gedanken gemacht Ob ich nicht das Let's Play FIFA 12 abbreche oder 413 breche Aber ich bin einer der nichts abbricht Ich zieh das bis zum bitteren Ende Durch Ich habe im ersten Part gesagt Ich kämpfe für den Erfolg Das Triple zu gewinnen Vom ersten Anpfiff Am ersten Spieltag Bis zum Schlusspfiff Am letzten Spiel Kämpfe ich jede Sekunde Um jede Grasnarbe Um jeden Zentimeter Raum Kommt Ich werde jeden Zeigauf gehen Fair Oh naaaah Ecke Ist es sonst so privat im Fernseher spiel ich immer auf einfach Und weil es mir da wurscht ist Hauptsache ich kriege die Doofen Ehrenraum voll So Aber hier habe ich mir gedacht Kannst du nicht machen Einfach fünfen Da guckt dir kein Schwein zu Ja Also hab ich gesagt komm Mach mal Komm Riskiere es Man spielt es auch schwer So Die Überraschung war Groß Das schwer So einfach Ist wie einfach So Ich hoffe ihr unterstützt mich Mit zugucken Liken Kommentaren Bis zum Schluss Denn ich kämpfe auch Bis zum Schluss Ja Dass das auch mal geklärt ist Ihr könnt ja gerne Eure Kommentare dazu schreiben Bleibt aber sachlich Und beleidigt nicht So Es steckt viel Arbeit dahinter Auch wenn es nicht danach aussieht Es tut schon weh wenn jemand einfach nur so Daumen runter macht Denn manche wissen ja gar nicht wie viel Arbeit dahinter steckt Ich habe eine Vierfachbelastung Arbeiten Let's Play Torwart Und ich habe noch eine DFSX Rettungspiloten VA Zu betreuen Wo ich Leiter bin Also Und es geht mir Es geht mir um den Spaß am Spielen Und diesen Spaß Will ich mit euch und der ganzen Welt teilen Und deswegen bin ich Let's Play geworden Und dann Luke sagt links sei Dank Denn der hat mich Scharf auf den Space gemacht Robin Robin Und sieh da So So Jetzt haben wir das mal geklärt Wie ich die Dinge sehe Haltet Sagt nur Haltet euch Wenn euch das nicht gefällt Wird es euch zu langweilig dann Befolgt meine andere Lesbys Harry Potter New Super Mario Bros. You Die Woche endet Harry Potter in die Kammer des Schreckens Danach kommt Harry Potter in der Gefangene von Azkaban Hier ist Buch habe ich schon angefangen zu lesen Jo 2 fest Ar screws Wenn ich immer schön Aber mich schon mit Russia ab geschuldet Jungs, die Null bleibt stehen. Sosch gibt's kein Geld. Delarie. Gomez. Gomez! Und sieh da! Gomez, da! Ja! Was, hier ein Hördenschön! Ja! Das Tor guck ich mal gerne an. Das sind meine Lieblingstore. Flanke, Ecke oder Kopfballtor. So. Die hab ich gern, die Tore. Ja. Dein. Lecker. Und das schenkt Hannover wieder den Anschluss her. Gomez, Müller! Tor! Tor! So schnell! Mit der 0,4, 0,7! Ach ja. Meine stärkste Phase ist in der Schlussphase. Am Anfang in der Schlussphase. Ach so, in der Mittag habe ich immer einen kleinen Hänger. So, jetzt schnell die Zeitlupe zum Trinken. Nutzig. Oh, es geht schon weiter. Bei der nächsten Unterbrechung trinkt die Schmackers. Lamm! Delmarie! Gomez! In die Spiste zu Müller! Rückpass zu Gomez! Gomez! Müller! Oh, komm nicht durch zu Robben. Geheimnis! Gendl! Boateng! Naja! Schön auf Robben! Schön! Beck! Gomez! Gomez! Setz dich durch! Neuer! Tor! Komm, jetzt hast du eine weiße Unterhose. Ich meine, jetzt nicht zurück. Komm uns mal nachher an mit dem Spielkreis. Müller, Bram es, Bram es, Tor, innerhalb von 10 Minuten, 5 Tore. Ja, super FCB, ich weiß, was wir können, ja, ja. Wir sind ein super Team, ich und der FCB, oh nee, wir sind ein super Team und das spiegelt sich im Ergebnis. Schluss, Ast, Spiel ist Ast. Hannover 96, FC Bayern München, in Stand 0 zu 9. Wir verlassen die ABD Arena Hannover und schauen zum nächsten Part, zum nächsten Spiel. Jetzt trinke ich mal was. Gleich noch Mario aufnehmen. Zack. Was haben wir denn da jetzt? Wie, Family, was machst du denn da? Hey, kommst du mir mal wieder? So. Oh, kein Abstieg, Bayern München. Dein Team konnte in dieser Saison den Abstieg vermeiden. Toll. Das heißt, wir können nur noch in die Relegation abstürzen. So, nächsten Spieler kamen wir Hoffenheim. Tschüss. Bis morgen.